...und dafür sind, glaube ich, noch nicht bei der Retrie von den Berg in die Tatschule gegangen. ...a member of the Elite, Premier League, the Fully Boys in Germany, the former World Youth Champion, time for us to reach, the Fully Boys, Michael Schmitt! Michael Schmitt, der World Youth Champion, einer, der in diesem Jahr die Premier League gespielt hat, der noch längere Zeit in den Top 10 war, nun aber rausgerutscht ist, aktuelle Nummer 11 der Welt. Der Uli-Boy, klarer Favorit bei dem Buch machen, schauen Sie mal, eine 1,35-Quote, Ricky Evans eine 2,95. Wird sich also 10 Euro eingewinne, bei dem einen 13, beim anderen 29. Das ist schon unter...